Da drüben ist schon wieder diese Calisthenics-Anlage, wo ich schon ein paar Mal so ein Walkout gemacht habe, wo ich so richtig vollfett Muskelkater bekam. Aber wegen meiner dreckigen Tennis-Arm, weil der immer noch nicht geheilt ist, kann ich da jetzt gerade kein Walkout hinlegen. Außer ich mache Beintraining, aber das habe ich gestern gemacht.